Die Abteilung Plasmatechnologie am Institut für Plasmaforschung der Universität Stuttgart befasst sich mit Niedertemperaturplasmen. Damit können Oberflächen aus unterschiedlichen Materialien verändert werden, sodass sie andere Eigenschaften haben. Das ist Saubermachen auf Hightech-Niveau in verschiedenen Bereichen und auf verschiedene Weisen, aber immer ist das Plasma mit dabei. Die Zusammenarbeit zwischen dem Institut und dem Steinbeiß-Europazentrum begann 2004, als das Institut einen Partner für eine Forschungskooperation suchte. Seitdem hat das SEZ dem Institut 42 Technologiegesuche aus 19 Ländern vermittelt. Die Kooperation zwischen dem Institut für Plasmaforschung und dem Steinbeiß-Europazentrum liegt eben genau im Bereich der Technologiebeobachtung. Und hier sind wir natürlich aktiv, weil wir auch diese anderen Disziplinen kennen und wissen, wo da vielleicht eine solche Technologie gesucht wird. Und da bringen wir die Partner, auch das Institut für Plasmaforschung, dann zusammen. Mit dem Enterprise Europe Network möchte die EU Innovationen und mehr Wettbewerbsfähigkeit in Europa voranbringen. Der Transfer von Technologie findet hier auf internationaler Ebene statt. Das heißt, wir konnten über das Steinbeiß-Europazentrum Kontakte bekommen, um mit Industriepartnern dann Lösungen zu finden für die spezifischen Probleme. So wurden Kooperationen mit Unternehmen aus Spanien und aus der Türkei auf den Weg gebracht. Als einer von rund 500 Partnern in Europa richtet sich das Steinbeiß-Europazentrum mit seinen Dienstleistungen an Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Es ist nach wie vor eine gewisse Mauer, eine gewisse Hürde da, gerade für kleinere Unternehmen, mal an diese Schreibtischschublade des Forschers zu gehen und zu schauen, was liegt denn da drin. Und das ist das, was wir versuchen zu vermitteln. Bei uns geht es immer um Innovation, geht es immer um Technologie und immer um den europäischen Kontext dazu. und die Schriftstelle des 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 Schriftstelle